hallo servus bei zuhause unterwegs heimat neundecken ich bin in mittelfranken denke ich höre es noch in der gemeinde felden und zwar genauer gesagt bei der ortschaft düsselbach und hier bei düsselbach gibt es eine steinerne rinne und die zeige ich euch jetzt und und Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018